Hallo zusammen, wir sind jetzt am Flughafen beim Einchecken. Bisher sind zwei der anderen Kämpfer da. Einmal hier mit Steve, geh mal hin. Mein Name ist Steven Mikkel, ich bin aus Schotland. Ich traine bei Firtex in Patia. Ich bin in der I-1 in zwei Tagen. Ich bin mit dem Champion. Dein Name? Mein Name ist Andrej Kulebel. Von Russland. Von Belarus, ja? 3-Times-Champion. Ich bin jetzt 1-Times-Champion. Ich gehe von Hong Kong. Okay, sobald die anderen da sind, werde ich die auch noch aufnehmen. Wir wurden hier empfangen von Nancy. Sie hilft uns mit allen. Und jetzt warten wir hier noch ein bisschen, bis alle da sind. Checkt rein und dann melde ich mich nachher nochmal. Ciao, ciao!